Ciao zusammen und willkommen zurück zu Final Fantasy. Nach 20 minütiger Wartezeit haben wir, also Caracal und ich, es auch geschafft endlich mal in Dungeons zu kommen. Und ich hoffe, das wird jetzt laufen. Wir müssen die Sascha Dungeon machen, genau. Das wird gleich eine lustige Aktion. Wieso? Ja, mal schauen. Schon lange nicht mehr gespielt und ja, Gruppenwagnis. Wieso? Weil ich's kann. Aha. Kennst du doch. Ja. Limitrausch. Uh, den hab ich ja da noch nicht ausgerüstet. Fert mir rein. Wo hab ich denn eigentlich? Und was ist der? Keine Ahnung. Brauchen wir nicht. Okay, das wird ein Damschen stürmen. Alles weg damit. Wir haben einen Paladin aufs Zrenk. Da hinten ist noch eine blutige Notiz. Ich hole noch schnell die Notiz sehen. Boah. Nichts Besonderes. Okay. Vielen Dank. Ich weiß gar nicht mehr, diese Dungeon eigentlich noch lang, oder ist es eher ein kürzerer gewesen? Heiß ich nicht mehr. Warum weißt du das nicht? Weil ich nicht so viel gespielt habe wie du. Das stimmt gar nicht. Ich habe kaum gespielt, Mann. Das ist doch gemein. Deswegen, da hinten ist noch eine blutige Notiz, da ist noch dieses. Ja, du hast ja gesehen, das hat ja richtig geleuchtet. Aber ich nicht. Der richtige Überschrift hat da. Mann, Mann, Mann. Riesenmuschel. Uh, schaffst du, rechts. Siehste? Ja, ich sehe das halt. Ich bin hier geblieben. Jetzt bin ich runtergefallen. Mist. Nee, das macht nichts, oder? Ja, ich komme von hinten. So, so kommst du. Fieses Ding. Oh, der Mr. Krabs. Ist auch weg. Irgendwie noch keine richtigen Flächenangegriffe. Finde ich ein bisschen schade. Fieses Ding. Fieses Ding. Fieses Ding. Fieses Ding. Fieses Ding. Vielen Dank. Vielen Dank. Das klappt mir jetzt nicht so überzeugt, lieber. Oh, ich bin doof. Das ist falsch angeschossen. Es tut mir leid. Eigentlich nie. Nee, ich muss das. Das ist besser. Alles drüben. Nicht auf die Muschel. Und für Wunder. Das war... Der erste war... ...ist bin ich da noch. Ne, aber so. Hat uns das blaue, oder? Ich glaube, das mal an. Das sieht besser aus. Jo. Bitte, Katze. Gibt es hier, glaube ich, auch als Mount. Wenn man sich daran gewöhnt, dass man auch unterbrechen muss. Kennt man das eigentlich irgendwie, was unterbrechbar ist und was nicht? Na, hat geklappt. Kann nicht. Schätze, du jäh? Da rennt es drauf los. Natürlich. Nichts. Hallo, haben wir. Sesam öffnet sich. So, mach mal vorwärts. Und sovklo, oder was? Anschein. Da hat er nicht gekriegt. Mann. Mann. Frau. So. nicht den ganzen tag zeit hier 20 minuten gewartet jetzt bitte mal ein bisschen zack zack ja gab es einen gewissen prozent runterflügeln oder keine ordnung mehr ich weiß nicht mehr so lange ja ja Nur schloppt. So, nimm. Mach es tot. Nimm sie alle! Das ist noch eine. So, auf den Hund. Bist du auf den Hund gekommen? Ja, und wie? Ja, und wie? Nimm es, mach es tot. Auf ihn mit Gebrüll. Oh, hau das schon ab. Oh, die einfach. Einen Schatz lassen wir liegen. Oh, das ist noch ein. Oh, das ist noch ein. Oh, das ist noch ein. so lass es uns töten ja der schon wieder eine mieze katze was meine mieze katze der katze niemals hat die nichts getan oh machst du wieder nix habe ich abgelassen so so ja muss ja nicht noch auf ihn klopfen wenn ich aber ja 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 Ja, ich habe eine Enkelnde zu sein. Ja, bald kürzer als das, was wir erwartet haben. Ja, um einiges. Fast gleich. Vielleicht deine Wartezeit, solange der Dungeon geht. Genau. Eine Stunde später. Oh Gott. Weiß ich noch, früher haben wir in diesem Leviathan aussichtiert gesagt, wo ich fast zwei Stunden gewartet habe. Ja, ein bisschen graus. Was aber dann auch eine doppelte Anzahl an Spieler. Ja. 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 doch was mit diesem fischigen wasser, oder? weiss nicht. also eine sprudel muss man erschliessen, sonst kommen eigentlich wie kreaturen raus. jo, hat funktioniert. ist gar nicht so wichtig, dass es eigentlich noch ist. ich glaube, dass das so wie ich mich erinnern mag, war das nicht so, so eine sache mit denen. kann man das auslassen? weiss doch auch nicht mehr. wir sind zu alt dafür. ja. nächste okay, vielleicht muss man doch, ne? einfach schauen auf den boss, weiss nicht, das ist schon reich, dass die verschwinden. ja, da liegt die gleich. wir werden sie gleich sehen. na doch. die krallkwappen. ist tot. mhm. drachengriff. neues kommando gelähmt. beide gut. wertvollste spiele aussuchen. da. gibt's im heiler. krieger. ah, nicht mir. du. ich kann dich nicht. tja, wenn ihr uns gegenseitig betröntet. ja, ich weiss, ich hab. muss ich ja auch nicht auswählen. wenn du das machen könnt, würdest du das nehmen. minus zwei. genau. minus zwei. minus zwei. mindestens. so, wie ist es hinten. es ist noch nicht da. wo? wo? aha, jetzt sehe ich dich. ja. ja. das muss ich ja gar nicht hier abgeben. ooooh. das ist doch in. linksal und linksal. ja, genau. ja, das war jetzt erste dungeon, was wir machen konnten. leider ein bisschen angepisst, weil wir wirklich 20 minuten gewartet haben. und das spiel ging ziemlich genau auch 20 minuten. ja, das ist natürlich ein bisschen mühsam, weil wir auch so die story nicht weiterspielen können, wenn wir diesen dungeon nicht gemacht hätten. naja. okay. danke fürs zuschauen. gerne ein abo und glöckchen aktivieren, dann verpasst ihr keine folge mehr. kommentieren und und Däumchen nach oben. bis zum nächsten Mal. tschüs. tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020